So, zack, zack, geholt die Katz. Was machen wir heute? Ich hab Geburtstag, Sebastian ist da. Und... Heute gibt es Kalfallauflauf. Das Kopfball ist auf. Und... Hier gibt es noch lecker... Und... Kalfallauflauf in Form für eine Fußballmannschaft. Aber für zwei Leute. Im ersten sind wir zwei Leute. Und für eine Fußballmannschaft. Und... Jetzt dürft ihr mal Bastian sehen. Ganz kurz. Das reicht auch. Das reicht für den Abend. Und wir machen jetzt heute noch... Kalfallauflauf. Und dann... Schmackhofer zu, gibts da was essen. Jetzt darfst du den Daumen nach oben da lassen. Lassen gleich da und den Daumen nach oben. Und dann darfst du den Daumen nach oben. Und dann darfst du den Daumen nach oben. Vielen Dank.